dann hast du noch eine neue entspannung und ruhe ja wir können das zu ende bringen also ich würde sagen kommen lassen das spiel zu ende bringen dann haben wir es hinter uns eigentlich dann müssen wir nicht mehr so viel aufnehmen und vielleicht kommst du ja noch ein bisschen weiter ich habe so das gefühl du schaffst das level auf jeden fall ja doch ich habe so ein warmes gefühl im herzen das so schossen ja doch zentos ich gönne dir dass du nebel schaffst heute das kann meine braune kackwurst sein ich kann die gleich einschätzen die dinger hier penis nein zum 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 das bin ja genau das bin da ein dinger das behinderte dinge gutes mineralwasser das ist das gesundeste was es gibt nicht das gesundeste das gesundeste wasser das gesundeste wasser wasser weißt du was mir gefallen würde zentos dass du einfach abstürzt es würde für uns beide einfacher sein nie wieder donkey kong 2 bald donkey kong 3 freust du dich schon wohl daher sind die level einfacher finde ich voll schade ich habe auf springen gedrückt ne nein ich habe nichts vom springen gesehen ich habe gesehen dass du straight head runter gefahren bist hier ich weiß das ich habe auf springen gedrückt du wolltest springen und du hast ich habe glaube scheiße gesaved ja find's dann lustig wenn du scheiße gesaved hast ah bananenschrott ja komm ich gönne dir dass du das level jetzt schaffst dann kann ich mich nicht so verärgern oh ich erinnere dich an der zeit in donkey kong 1 endgegner schafft er das noch mit dem mause zahngriff ich wüsste gar nicht von welchem von welchem tier aus donkey kong die köpfe stehen sollen aus welchen fetten biebern sag mir nicht dass du gesprungen bist doch habe ich habe wirklich ich habe bestimmt jetzt ein kack safe ich wusste es ihr vielleicht hier sind doch nur die kreise an kugeln die mir voll auf den sack gehen haba da ramadan boah deine mutter ist gefährlich alter schwede ja da ist die zweite was hast du eigentlich so wechselnde mützen oder hast du auch irgendwelche t-shirts mit soem schneemann vorne drauf oder so ne ich bin nicht krank ach mann du musst jetzt mal deine mütze wechseln oder eine maske aufziehen und wieso wechselnde mützen ich hab grad keine mütze auf oh keine lust keine lust hast du wenigstens deine haare pink gemacht grün deine mutter nein die würde sagen du bist schlecht nein 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 nicht den slot auswählen laden bitteschön hahaha ich bin das gefährlichste spieler zeiten niemals kinder mit mit kugeln und stachel spiel nein die 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 kann pieksen um ein kleines dick dixi arsch in wallung bringen ist der behindert nimm doch nein nein du hast grad nicht gesehen was passiert ist oder doch du die kugel nicht gekriegt hast ja er nicht ich hatte sie ja die sound sie sind so hammergeil dazu und ich wollte durch springen dumt 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 dünn ist doch nicht wahr ja warum kriegen wir jetzt so schwierig sein ne und guck dann geh ich dick sie immer so schäbig rüber ich hatte mal ganz so schäblich übergeguckt so creepy du bist das bestimmt oder was habe ich gesehen senden status man schon die ganze zeit aber da aber dabei was aber da bringt mir nix das rettet mir nicht mein arsch in diesem spiel ich war noch nicht mal dran vor allem wenn ich dann die helligkeit einstellen bei der camp das wird aber so grell das geht gar nicht was die atombombe muss ich mich bewegen dass das wieder ordentlich ist dann bewege ich dich immer so dance immer so du musst ein bisschen dance es müsste spiele geben wo man um stehen spielt das wäre auch lustig wo man auf so einer plattform stehen muss wo man dann hüpfen muss und gehen muss sehr lustig nein ja ich weiß auch nicht will zu tauschen ich kann machen dass du dann im bosch muss habe aber da ich hatte mir überlegt im flug das wenig da wollte ich wieder zurück vielleicht mal die fresse halten jetzt vielleicht schafft es dann ok ich müde mich einfach nur aus dem maul halten dann effekte du musst effekte machen centers konzentriert sich jetzt das war der double jump ich wollte sagen ja auch man ich hatte jetzt die fresse ich muss die ganze zeit lachen ok ich berühre ich mich jetzt auf das war so auch einfach 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 ernsthaft stinkst du in der scheiße flash ja aber da ja und dann kannst du spielen ja mach mal lieber pause dabei hätte man lieber pause gelassen so lange das legt grad extrem allgemein alles das ist eine extra herausforderung mit dem legen normal haben wir haben ja noch nicht mal eine stunde komisch nein nein es wäre ein bisschen affe ich mein ohr mein linkes ort piept gerade das habe ich nicht gedacht das jetzt kommt ja so scheiße wie du manchmal darf ich noch mal laden nein egal ich kann mich mal mein piepenes ohr kümmern landes immer drauf dann ist eh immer drauf der save war nicht schlecht ich habe nur nicht bedacht dass er ist die kugel ich dachte er ist sie kommt die kugel aber ich dachte nicht dass er schon fliegt ich glaube das war die letzte welle dann mit den dingern spastische bewegungen hallo ich glaube das ding ist abgestürzt hat eine mutter nein nicht ja habe ich jetzt gerade auch zum wenden bei mir geht es weiter ich habe schon geladen machen noch mal ja nein geht gar nicht wir müssen noch mal neustart ich bin fast fertig ich war fertig gewesen ja war deswegen okay dann stoppe ich mal kurz aufnahme